Ich habe einen Tag mit diesem super realistischen Fatsuit verbracht und Wir sind jetzt im Restaurant Ja, wir waren dann Pizza essen, war eigentlich richtig chillig, die Pizza war gut Ich habe keine negative Erfahrung gemacht, bis auf diesen einen kleinen Zwischenfall Die Dame, mit der ich essen war, der war die Pizza zu ölig Deshalb hat sie es nicht gegessen Und ich habe dann den Kellner herbestellt und zu ihm gesagt, ja, mein Freundchen Die andere Pizza geht gar nicht, die ist zu ölig Ja, ha ha ha